Yo Leute, zurück bei Family Guy und es geht weiter. Fortsetzen. Mal schauen, was uns jetzt für ein Universum vor die Linse kommt. Keine Ahnung, da wir ja ballern, passt das eigentlich. Was? Brian Griffin hat in das Amische Universum. Oh, ja, also was? Well, erstens wollen wir wahrscheinlich nicht Bertram wissen, wo wir immer sind. Und zweitens, wie ich das sage? Keiner weiss, wo du bist. Well, ich glaube nicht, das ist wahr. Just, just, nicht mehr mach es. Okay, jetzt sagt es hier, dass in diesem Universum handikappte Menschen so viel spezielle Träten gegeben wurden, dass sie sie dann als der Leading-Pauw. Okay, das Behinderten-Universum, ja. Bertram hat eine Armee, warum würde er nach handikappten Menschen gehen? Ich meine, können wir nicht einfach ihn überraschen? Oh, Peter hat gerade auf deinem Check-In-In-In-Interracial-Lesbian-Movie-Frei. Du weißt, er hat einfach keine Ahnung, was er online macht. All right, come on, let's find out, what Bertram was doing here. Oh mein Gott. Brian! Ich würde sagen, y'all need to look around and find whoever's in charge of these unfortunate folks. We finally have the town to ourselves. Kämpfen wir also gegen Behinderte. Stupid dog. Das ist so typisch Family Guy. So dieses Überzogen, ne. Der hat Waffen als Krücken, okay. Das ist auch... Ja, es dauert und dauert und dauert, wie immer. Das ist Family Guy. Alter, die sind aber schnell, oder? Aber auch schnell down. Bam! Alter, was gibt's denn hier zu sammeln? Da ist auf jeden Fall ein Laden. Oh, Shotgun. Geil. Das wäre echt traurig. Oh Gott. Gib mir die Shotgun. Action. Bam! Boah, geht die ab. Kann ich hier rüber? Nein, dann muss ich nochmal zurück. Weil ich will mich natürlich nochmal umgucken. Weil, es kann ja sein, dass es hier auch was zu sammeln gibt. Das glaube ich sogar. Aber, dafür müssen wir theoretisch erstmal was finden. Was wir sammeln können. Mutter hat... Da vorne ist nämlich noch Geld. Oh, hier ist ein Gegner. Komm her. So, down ist er. Hat aber schon echt was eingesteckt gerade. Bist du hier noch irgendwas? Können wir in den Bus? Nein. Okay. Da müssen wir doch außen rum, okay. Ich werde hier noch vorne kurz die Muni mitnehmen. Wer weiß, wie viel Krüppel uns da vorne erwarten, ne? Äh, da kommen wir nicht hin. Ah, seht ihr? Wenn ich renne, kann ich voll schlecht zur Seite lenken. Hey everybody. Go on and find out, who's making all these disabled people attack you. Since they step... Stewie, that's a multiverse portal, right? I think we can use this to go back and get stuff, if we need it. BAM! Ey, das ist so heftig eigentlich. Naja, gut. Ich mein, die Grenzen sind ja sehr weit gesteckt bei Family Guy, ne? Also, da muss man jetzt nicht irgendwie... Gucken, ob man da jetzt wirklich ein Tabu mitbricht. Mein Gott. Moment. So, Kostüme. Die meinten doch, wir hätten was freizuschalten. Oder wir hätten jetzt was bei Stewie. Singt und schwingt. Nee, swingt. Haha, singt und schwingt. Ist auch geil. Nee, aber swingt. Okay, brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Hier haben wir auch nix. Okay. Unbehindert. Vielleicht kriegen wir den Raketenwerfer dann in diesem Level. Wir sind ja schließlich bei Behinderte. Attribute. Da könnten wir eh nur gesamte Munition verbessern. Machen wir einfach mal. Ah, nee, stimmt gar nicht. Wir hätten auch die Zahl der Granaten verbessern können. Na, egal. Who cares? Wir kriegen schon wieder genug Geld. Bam, Junge. Einfach mal so über den Haufen. Ach, da ist er. Hallo. Weg ist er. Können wir hier rein? Ah, Brechmittel. Super. Bah. Geh weg, du Kotzer. Ah, da ist Muni. Tauben. Ich hasse Tauben. Ja, mit der Muni. Danke sehr. Shit. Ab geht's. Voll die Verschw... Da hinten ist Peter. Der Meg ärgert. Oh mein Gott. Zeug mal her. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Rolli-Fahrer. Hehehe. Hehehe. Eck, Taube. Ich glaub, die Tauben sind noch die Behindertsten hier, ey. Also ich hasse echt. Tauben sind das... Ich dachte, dass, äh... ...wenn du nichts mehr tun hast... ...möglich können wir ein paar Seashantys über die Garbage-Dump. Oh, du bist ein Noob. Wahrscheinlich mache ich das. Redet der erstmal mit dem Baum? Ist auch gut. Oh Gott, wie viel Tauben. Kann man die anzünden? Haha. Voll assi. Tatsächlich. Ah, die platzen direkt. Ist ja blöd. Ich dachte, die brennen noch. Oh oh. Genau. Oh oh. Für euch. Oh. Es kommt... Ah, Katzi. Haha. Das ist die Rolli-Fahrer. Oh mein Gott. Das ist... ...hilarisch. Hehehehe. Warum nicht ihr gehen und versuchen, einen anderen Weg zu dem Hospital. Und don't be afraid of them doctors, Nezer. They some smart cookies. Alter, der hat aber jetzt auch viel ausgehalten, der Typ hier, der da vor mir weggerannt ist. In die Luft gejagt. In die Luft gejagt. Ja, mit dem Leben. So, da ist noch Geld. Das ist schön. Jetzt packen wir uns natürlich auch ein. Noch mehr oder irgendwas anderes. Hier kommen wir ja nicht rein. Ich könnte das jetzt versuchen, um die Luft zu jagen. Ah, die spawnen dann neu. Zerstöre alle Busse. Ja, super. Okay, zwei von sieben. Dann gehen wir jetzt natürlich nochmal zurück und machen die restlichen paar Busse kaputt. So, zählt das jetzt auch als Bus? Mach mal kaputt. Ne, mach ich nämlich gar nicht. Da hinten ist noch einer. Geh weg. Ist das so ein Endbus? Nein. Das ist nur ein schwerer, glaube ich. Hier, erstmal den Bus. Ganz wichtig, den Bus. Bei sieben Zielen können das ja... Oh shit, das war dumm. Können das ja jetzt theoretisch gar nicht mehr so schwer sein. Ah, in die Luft geflogen. Geh weg. Warum ist der explodiert? Der Typ ist so durch. Da ist noch ein Bus. Wir können doch zuschlagen mit einer Flasche. Okay. Noch ein Bus. Bam, Junge. Vielleicht auch die Bullenautos? Nein. Oh shit, ich muss unbedingt... Scheiße, was ist los mit dir? So. Na, geh weg, geh weg, geh weg. Die haben erstmal so ein Stromding. Opa. Was hast du denn geraucht? Bam. Einfach so, die Autos in die Luft jagen, weil es macht ja Spaß. Da ist der letzte Bus. Geil, dann haben wir hier schon mal einen Bonus. Oh, das geht nicht. Ah, Granate. Ach, scheiße, keine Muni. Hätte ich ja noch lange versuchen können, hier weiter drauf zu schießen. Shit, nimm Sniper. Belohnung freigeschaltet. Oh, ich muss sagen, die Shotgun ist echt klasse. Jetzt vermisse ich die gerade. Die macht schön schnell die Sachen kaputt. Oh, das ist auch nicht schlecht. Hier ist Geld. Geld ist natürlich auch immer schön. Joe ist der Leader hier? Es speichert. Bam. Ah, der ist tot. Okay. Ich wollte mal, lieber mal gucken. Vielleicht habe ich ja irgendwas verkackt. Aber nee, der ist tatsächlich down. Überall sind die Krüppel und wollen uns töten. Super. Und jetzt kommt mir nicht mit, ey, wie kannst du Behinderte als Krüppel bezeichnen? Es sind Krüppel. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ein Wichser wäre. Ist es Tatsache. Außerdem, ach, hier ist ein Family Guy. Let's play. Wenn ihr hier irgendwas ernst nehmt, seid ihr dumm. Sorry. Äh, da sind noch mehr Behinderte. Okay, den hätten wir. Den hätten wir. Boah, was wäre das für ein cooles Ding gewesen, wenn ich den da jetzt getroffen hätte. Oh, diese Granaten, Freunde. Ihr müsst aufhören damit. Das ist uncool. Kann ich überhaupt irgendwas dagegen machen? Nee, nee, ich muss wahrscheinlich hier echt erstmal die Punkte machen und dann... Weg da! Okay, ein von drei. Dreien haben wir schon mal fertig. Dann müssen wir jetzt nach unten. Können wir hier runterspringen? Scheiße, da oben war ein Geldsack. Weg. Okay, wir gehen einfach nochmal nach da oben. Ich will auf jeden Fall das Geld haben. Ah, hier ist auch Geld. So. Ah, wir haben wieder Money für die Shotgun. Das ist schön. Weg. Hör mal, Freund. Hm, gut, dann triff nicht. Weg, du Stromschocker. 30. Hä, wofür habe ich denn jetzt die Kohle bekommen? Kriege ich die ganze Zeit cool? Ich achte da gar nicht drauf. Ich will auf jeden Fall jetzt noch hier das Geld und dann den Alarm da deaktivieren. Dann können wir von mir aus auch mal einen Cut machen. Ich weiß gerade gar nicht, wie lang die Folge ist. Ich hoffe mal einigermaßen lang, weil ich habe meinen Timer jetzt noch nicht stellen können. Weil mein Handy gerade leer ist. Und, ähm... Ja. Komm, rin. Rinn da. Perfekt. Wieder so einer. So ein... Cop-Behindier, ey. Ach so, ich kann mich wieder bewegen. Ich dachte gerade... Das hier wäre nur so eine... Ah, scheiße. Das war ja mega dumm. Da ist wieder der. Geht weg. Geh weg. Nein. Ah, Granate. Triff deinen Herrn. Da. Komm. Ab dafür. Alter, der hält aber auch ganz schön was auf, oder? Geht doch. Gott. Aber die Shotgun ist echt geil. Ja, mach ich. Einen Moment. Okay. Da ist Geld. Hey. Schon wieder? Oh mein Gott, ey. Das ist so typisch so... Family Guy Humor. Einfach mal. Genau nochmal. Genau das gleiche. Aber es wird auf jeden Fall gut. Weg, weg. Alter. Abflug. Krass. Okay. Okay, okay, okay. Ich muss nämlich gleich mal einen Cut machen. Gleich kriege ich nämlich... ...lecker Essen. Und, ähm... Ja. Komm, Kollege. Da kommen wir nicht rein. Ach, wir müssen da unten... ...auch einen Alarm deaktivieren. Ich werde das jetzt hier noch erledigen. Das muss jetzt sein. Egal, ob die Folge... ...kürzer oder länger wird. Geht doch, Hunger. Geh weg. Schade. Ich dachte, ich treffe den noch. Gott. Alter, was ist denn mit dir los? Fährt erstmal dagegen, okay. Hier. Wo muss ich hin? Ach, da vorne. Ne, Moment. Ich muss einmal hier rum dann. Tschüss. Ich glaube, wir kriegen Punkte, wenn wir den Headshot verpassen. Ah, jetzt habe ich keine Granatenschein. Weg, weg. Muni. Vielleicht kriegen wir ja jetzt ein Brian-Kostüm. Hoffentlich nicht dieses... ...Sing und Swing. Aber ich denke mal eher schon. Ist hier noch was? Hätte ja sein können, dass hier... Ah, Moment mal. Ah! Sammle alle Behindertenplaketten. Ist ja scheiße. Hätte ich das vorher gewusst. Ich wundere mich schon. Warum liegen denn hier die Sachen rum? Da muss ich mich jetzt nochmal umgucken hier. Geht ja wohl nicht. Ist hier noch was? Neu. Ist weg. Weg. Hier ist Zeug, was wir brauchen können. Alter. Abflug, du Behinderte. So. Ab geht's. Hier oben ist doch bestimmt was zu finden. Da ist auf jeden Fall der letzte Alarm. Und? Ha, getroffen. Geil. Macht dem nix. Interessiert ihn einfach nicht. Juckt ihn nicht. Her damit. Oh, geh weg. Da sind aber auch viele Krüppel. So. Und wieder so einer. Den kümmern wir uns jetzt noch. Aber ich gucke mich natürlich erstmal noch um. Ich werde die Aufgabe wahrscheinlich eh nicht mehr erfüllen können, weil... äh, einen Bereich haben wir ja schon voll verloren. Die könnt ihr auch ruhig von selbst aufnehmen. Oh, guckt euch das da an. Was ein Haufen. Ich wusste es. Die kommen alle auf mich zugefahren. Zu gerast würde ich immer eher dazu sagen. Ich gucke gerade, ist hier unten jetzt noch was. Noch so eine Plakette oder so. Hier ist Geld. 50 Dollar, immerhin. Kann man sich mal mitnehmen. Plakette vielleicht noch irgendwo. Ah, ich kann doch zurück. Naja, nicht komplett, aber... ein Stück weit auf jeden Fall. Hier ist nix mehr. Da ist auch nix, da ist auch nix. Bestimmt oben. Aber gut, ich werde erstmal einen Schnitt machen. Meld mich dann gleich zurück. Bis dahin und haut rein.